Also Wildruns fragt, ob ich NFTs auf Bitcoin kaufen würde, ob es dort Projekte gibt und ob ich mittlerweile da sogar auch schon spekuliere. Kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Liegt für mich einfach die Tatsache zugrunde, dass zwar ja, jetzt wahrscheinlich schon Werte entstehen, die vielleicht ähnlich wie damals die ersten NFTs eine langfristige Wertigkeit haben, weil sie einfach die ersten sind, so eine Art Kunst, so eine Art Bitcoin-Geschichte, was auch immer. Der Zug ist für mich aber meiner Meinung nach abgefahren und wir werden jetzt erstmal beobachten müssen, wie sehr wird Ordinals, wie sehr werden NFTs dort tatsächlich angenommen. Und erstmal die nur zu speichern und dann zu tauschen ist für mich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Handelsplätze, all das existiert noch alles gar nicht. Es ist ein weiter Prozess meiner Meinung nach, bis NFTs wirklich richtig angekommen sind auf der Bitcoin-Blockchain, ob wir es wollen oder nicht. Diese Tür wurde aufgeschlagen, wie sie dann genutzt werden und hoffentlich unabhängig nur vom bunten Bildchen von irgendwelchen Magiern oder Steinen oder sonst irgendwas, werden wir sehen, dass auch hier die Bitcoin-Blockchain von dem Nutzen letztendlich profitiert und nicht am Ende des Tages das ganze Ding nur zugespampt und teuer wird. Das würde den Main-Use-Case vom Bitcoin-Zahlungsnetzwerk schwächen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, wir sind schon auf einem Stand, wo man mit dem Gedanken spielen kann, dort Spekulation einzugehen. First Mover ist zu spät und Late Mover kann sich sehr, sehr schnell, sehr teuer bezahlt machen, gerade in dem Bärenmarkt.